Dieses Video gibt einen Überblick über die Geschichte der Rockmusik von den Anfängen des Hip-Hops zu Beginn der 1990er Jahre bis heute. Hip-Hop entstand in der Bronx, einem Stadtteil in New York, durch schwarzhäutige Disc-Jockeys. Die wesentlichen Elemente des Hip-Hops sind der Rap-Gesang, die Sample- und die Scratch-Technik sowie der Break-Dance. Techno entstand in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und ist eine elektronische Tanzmusik mit einem bassbetonten Rhythmus. Grunge, zu Deutsch Schmuddel oder Dreck, entstand Anfang der 1990er und ist eine Vermischung von Punk-Rock und Heavy Metal. Der Name weist auf die verzerrten Gitarrenakkorde und die düsteren Songtexte hin. Die bekanntesten Vertreter sind Nirvana mit Liedsänger Kurt Cobain sowie die Band Pearl Jam. Boy-Groups und Girl-Groups sind ab den 1990ern oft ein Ergebnis von Castings oder Castingshows. Im Mittelpunkt steht aber nicht unbedingt die Musik, sondern eher der finanzielle Erfolg. Bekannte Boy-Groups waren New Kids on the Block, Take That oder die Backstreet Boys. Die bekannteste Girl-Group waren die Spice Girls. Mit Robbie Williams, Ronan Keating, Gary Halliwell und Mel C starteten einige ehemalige Mitglieder solcher Gruppen nach deren Auflösung eine erfolgreiche Solokarriere. Mit Bye-Bar Vielen Dank.